Der Begriff Neue Weltordnung scheint in der Pandemie immer häufiger ausgesprochen zu werden. Australische Gesundheitsbeamtin verweist auf Neue Weltordnung und löst Shitstorm aus. Wir werden prüfen, wie die Ermittlung von Kontaktpersonen in der Neuen Weltordnung aussehen wird. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich das alles in ein Video packe oder zwei draus mache. Ich bin schon relativ viel unterwegs, ich habe auch relativ viel gefilmt und habe den Überblick über die Länge komplett verloren. Ich mache eigentlich nie ein Skript, sage einfach, was mir einfällt und schneide es dann entsprechend zusammen.